Wo bist du? Hier ist... Oh, hier war jemand, hier war jemand. Ich hab einen Weg gefunden, wo jemand war. Bei dem Wasser runter? Bei dem Wasser runter, wo ich bin. Schnell, 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 schnell. Ja, ja, ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme. Beweg dich. Wow, wow. Warte, Adrian, ich bin bereit. Bist du bereit? Ich bin bereit, ich bin bereit. Okay. Bereit, wir sind... Just ready. Dann mache ich jetzt Vollbild. Okay, dann schreibe ich jetzt erstmal in die Aufnahme-Konfig Hashtag X6Reconnect, Hashtag Team 9. OBS wieder groß. Okay, bist du bereit? Nein, warte, ich muss das voll... Warum Reconnect? Ja, egal. Ich hab das abgesprochen gerade. Hm, 3, 2, 1. Jo, Leute, und willkommen zur sechsten Folge von Minecraft Varo. Wir gehen auf den Server in 3, 2, 1, go. Ich bin drauf. Ah, ja. Yay, es funktioniert. Und mit dabei ist heute wieder Turbinator113. Wir haben uns in der letzten Stunde ja unser OP-Schwert gemacht, hab ich jetzt noch ein Backup-Schwert und wir haben uns OP verzaubert. Ich hab die Eisen rumliegen lassen. Bist du behindert? Das sind 21 Eisen. So schlimm auch wenn ich... Ich hab im Evental noch ein Steak. Achso. Und, ja. Ich weiß nicht, sollen wir sind... Ich würde sagen, ich baue jetzt nochmal die ganzen Bäume hier einfach im Umkreis ab. Ja, ich hab schon keine Spitze mehr. Ich würde mal sagen, ich hab 2... Ja, geh mal... Nee, ich hab das nicht. Nee, du hast das. Ich bin ein Apfel gewesen, oh mein Gott. Ja, soll ich die Schallplatte wegwerfen? Oder nee, warte. Es kann... Ja doch, ich werfe einfach ein Steak Redstone weg. Ja, ja, mach. Aber hier, guck mal, hier ist jetzt wieder das hier hin. Was? Das Zuckerrohr. Oh ja. Dann würde ich sagen, gucken wir uns dann in dieser Folge mal... Achso, Wolfglace, wow. Wolfglace, ja, okay. Ja, mach bestimmt mal. Denn, was ihr vielleicht schon im Pre-Intro gesehen habt... Ähm... Er ist schon wieder weg. Er ist schon wieder weg, okay. Weiß nicht, welchen Pre-Intro gesehen habt... Ähm... Ja, wir konnten erst nicht auf den Server connecten, weil irgendwas in unserer Aufnahmezeit nicht... Zwei Eisen bitte? Zwei Eisen? Ja. Gibt also... Nein, ja, ähm... Auf jeden Fall stand bei uns halt, dass unsere Aufnahmezeit vorbei war. Ja, obwohl unsere Aufnahmezeit nicht vorbei war, Kappa. Ja. Wir wollten ja gerade erst aufnehmen, das ist so... Ja. Aber jetzt hat alles geklappt. Ich hab meine Kamera heute mal ein bisschen anders eingestellt. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ist da aber noch ein Gold-Apfel eingestellt? Nein, noch ein Apfel. Ich bin so wildig, halt. Ne, ich hab den Kontrast und alles mal ein bisschen höher gestellt, weil das mir ein bisschen sehr blass vorkam. Im Notfall kann ich das ja auch nochmal umändern. Hm. Ich hab gleich drei Stacks unverarbeitetes Holz. Ich glaub, das reicht dann. Joa. Sollte, glaub ich, ich nehm das schon gar nicht mehr mit, dieses scheiß Holz. Ja, aber drei Stacks sind schon angebracht. Gut. Hör mal, ich verstehe nicht. Du hast drei Stacks irgendwie drin. Was hast du denn da noch? Genug. Von allem. Ja, dein Inventar muss noch bumsevoll sein, wa? Eigentlich nicht so. Du meinst, das bumsevoll? Also mein Inventar ist genau voll, aber... Brauchst du eigentlich einen leeren Eimer? Nö, ich hab zwei Wassereimer. Tobi, es bringt nichts, wenn du die Birken abbaust, ne? Die droppen keine Äpfel. Achso. Ich hätte mir in letzter Folge sagen können. Hab ich doch. Nein, das war vorletzte Folge. Entschuldigung. Ja. Wir sind ja schon bei drei Minuten Aufnahme. Das ist ja schon fast eine Stunde. Ich würde dann sagen, wir warten jetzt einfach noch zwei Minuten und gucken, ob hier ein paar Äpfel droppen. Und wenn keine Äpfel mehr droppen, dann würde ich sagen, gehen wir runter. Äh, bleibst du hier oben? Beim Zuckerrohr und so. Achso, ich bin da gar nicht mehr. Wo bist du denn? Ich bin hier im Wald und auf Bauer ab. Achso, weil dann gehe ich jetzt in die Höhle. Die Höhle ist zu Ende. Ich hatte so voll was Krasse. Apfel, Apfel, Apfel. Warte, warte, ich sammle ein, ich sammle ein. Ich hab schon... Wo? Hier oben. Hab. Nice. Nein, hab ich nicht. Du hast... Warte hoch. Oh, ich hab ihn. Drop. Hier. Nice. Nice, ja. Äh, wie viele Äpfel kannst du jetzt machen? Ich kann gar keine Äpfel mehr machen, aber ich hab drei rohe Äpfel, sag ich mal. Äh, wollen wir mal jetzt unser, äh, so ein richtig krasses, ähm, Eisenschwert jetzt so langsamer machen? Ich hab ja schon ein krasses Diaschwert. Ja gut, äh, also ich dachte jetzt erstmal in die Hölle und dann, äh, Level fahren. Wie willst du denn in die Hölle? Willst du ein Enderportal machen, ein neues? Nein, ich dachte einfach da hingehen. Zum Spawn? Ja. Weißt du, wo der ist? Nö. Ja. Ähm, wie willst du dann das, äh, finden? Ja, ich komm mal mit, ich glaub ich hab schon so ne Ahnung, wo das war. Okay. Oh, Gott. Man muss ja einfach nur gegen Null gehen, ne? Ich weiß nicht, ob der Spawn bei Null ist. Kann ich, ob, weißt du, ob, weißt du, nein. Weißt du, ob irgendwer, ähm, die Koordinaten aufnimmt hat? Ähm, nee. Ja, dann komm mal mit. Ja. Also ich hab so nen Riecher, dass es hier ist. Oh, du hast den ultimativen Riecher. Wahrscheinlich warst du schon einmal auf dem Server. So, 15 Minuten und niemand hat's gecheckt. Ja, ja, natürlich. Und deswegen war unsere Aufnahmezeit auch vorbei. Ja, uns beiden vor allen Dingen. Ja, ja. Hey, bau dich doch einfach hoch, Mann. Wenn die Spuren sind, dann sind die Leute verängstigter. Haha, verängstigter. Genau. Ja. Ach, Mann, ey. Das ist doch alles scheiße hier. Ähm, nee, hier ist kein Spawn. Nein, war nicht da. Du musst auch... Das sieht so ein bisschen aus wie die Stelle, wo, äh, wo Phasen gegen Basti und Venni gekämpft hat. Ich weiß ja nicht mal, wo du bist. Ich wäre jetzt ganz oben auf dem Gerne. Ja, ich auch. Ich hab dich hier irgendwo gelassen. Ey, soll dich MLG ballern? Nein. Äh, okay. Was krieg ich, wenn ich es schaffe? Was krieg ich? Hier rein? Nein, hier runter. Ich mach Wasser einmal. Nein. Was krieg ich? Was krieg ich? Keine Ahnung. Nichts. Okay. 360. Geschafft. Das war aber richtig schwer. Oh, wir sind ein paar Skelette. Ich geh mal eben ein paar Skelette warm. Ich hab ja mein Angriffsschwert. Ach ja. Oh mein Gott, hat mich das genockt. Soll ich mein DIA jetzt als Kampfschwert nehmen? Weil auf mein DIA-Schwert hab ich 8,25. Auf mein Eisenschwert 8,5. Was ist jetzt besser? 8,5. 8,5 ist natürlich besser als 8,25, du Schlauberger. Gut. So. Ja, wo ist denn jetzt der Spawn? Ja, ja, komm einfach. Komm einfach mit. Ach, der ist ja gar nicht, weil meine Lava ist lila. Komm mit, komm mit. Also ich, ich hab irgendwie so ein Gefühl, dass es hier so irgendwo... ...hier so irgendwo lang geht. Ich glaub nicht mal, dass wir in der Nähe sind, ne? Nee, da war es blitter. Hier lang, hier lang, hier lang. Kommen wir her. Ja, also ich geh jetzt auf 0,0. Ich hab grad fast einen Goldapfel gegessen. Wow, wär das dumm gewesen. Also hättest du das gemacht. Ey, nee. Ey, nee. Doch, das kann sein. Ja. Vielleicht haben wir uns nicht hier irgendwo in der Nähe runtergebaut. Da vorne ist so dieses Lava-Ding. Nee, äh, äh, ja, ja. Ja, 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 ich glaub was... Ich glaub, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Ähm. War das jetzt? Nein, das war nicht hier. Das war noch ein bisschen weiter. Wir sind jetzt bei minus 400. Ja, ich weiß nicht, wo wir sind. Ich benutze, ich mach mal... Ich, äh, mach eine Koordinaten nicht auf, ne? Wohl, doch, könnte ich mal machen. Doch, du kannst ja einfach nicht schreiben. Aber du kriegst ja hier sowas. Aber ich seh's so scheiße, dass wir uns keine Angel machen dürfen, ne? Ja. Sonst hätt ich nicht schon gewonnen. Ja, wegen dir. Ja, genau. Nur wegen mir... Nur wegen mir. Angeln auch nicht benutzen, ne? Lauf, laufen, laufen. Fuck. Hä, hier ist ne Border. Fuck. Fuck. Ich glaub, wir sind falsch. Tobi. Ja. Seifel, offen gesagt, sehr daran, dass hier der Spawn ist. Ja, warte. Da ist, Dings. Ähm, Spawn. Fuck. Lauf dann weg, Mann. Wo bist du denn? Komm. Ich glaub, wir waren falsch. Ähm, gut. Ja, wir waren... Wie viel Opsis hast du jetzt noch? Obsidian? Null. Wir dürfen kein neues Portal machen. Och, warum denn? Ja, da kann ich nichts für. Och, Junge. Äh. Ich will mich hier mal grad irgendwo safe hinstellen. Warte, dann frag ich eine Gruppe, ja? Was? Äh, ob einer Dekordis hat. Äh. Oh, nein. So, komm, äh, weiter, 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 weiter. Ja, das ist hier nicht. Ja, da müssen wir aber jetzt erstmal... Wir haben... Haben wir unser Zuckerrohr vergessen? Fuck. Och, nö, Junge. Warum sind wir denn auch so blöd? Och, nein. Da vorne ist noch eine Hexe. Komm, ich weiß, muss es lang gehen. Ja, warte, ich will die Hexe töten, weil es besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass Hexen, äh, wie heißt es? Heiltränke droppen. Oh, die hat Zucker gedroppt. Ja, nice, nice, nice. Komm, schnell, bevor das... Schalt weg. Komm, sonst haben wir keinen Zuckerrohr mehr. Wir haben doch erst neun Minuten, also wir haben noch fünf Minuten, um zurückzukommen. Ja, aber wer weiß, ob ihr das auch angibt, fehlt. Och, das war so dumm von uns. Ich hab's ja gleich gesagt, was... Hä? Du bist auf die Dekord. Ich will ja auch in die Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Hölle, ich bin schnüge. Das ist Wahnsinn. Warum schlägst du mich in die Hölle? Hölle, 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 Hölle. Wo geht es zurück? Ich weiß es nicht mehr. Ey, fuck. Scheiße. Och, Mann. Wir sind so ne Vollidon. Wir sind so ne Vollidon. Wir sind so ne, vor allen Dingen. Alter, hast du Killarro oder hast gerade beide Mops gleichzeitig gehittet, Alter? Ich kann's halt. Ey, nein, oh Gott. Sollen wir uns jetzt einfach scheiß neues Zuckerrohr holen? Ja, ich hab ja noch zwei. Super. Das bringt's jetzt echt. Obwohl wir das noch irgendwo füllen? Nein. Okay, sonst hast du alles dabei, ja? Ja. Dann komm, lass dir mal so ein bisschen reinrennen. Ich sag jetzt mal ins Landesinnere, sag ich jetzt mal. Ins Landesinnere? Ja, hinter uns ist ja die Border. Wie viel geht über den Staat oder so? Das glaub ich aber nicht. Oh, das sieht vielversprechend aus. Dachte ich mir jetzt aber auch, aber ich wollte nichts sagen. Das ist jetzt richtig dumm, wenn wir jetzt hier ausgelöpft werden. Das ist richtig dumm. Dann müssen wir erst reingehen, wenn... Nee, hier ist nix. Auch so ein Scheiß, Mann. Ich will einfach... Mann. Das ist doch Wahnsinn. Aber ey, komm weiter, vielleicht... Vielleicht gibt's hier irgendwas oder so. Ja, was soll's denn hier geben? Liegt hier zufällig... ...ne Diamant-Ada. Ey, warte, sollen wir hier in die Höhle? Nee, mir egal. Sollen wir? Na, also eigentlich wollten wir ja was ganz anderes machen. Wir sollen hier runter? Nein, komm, wir haben erst mal. Hä, lass hier... Nein, scheiße! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Water Energy. Oh mein Gott. Tobi, Tobi, ich bin hier unten. Tobi, Tobi, ich bin hier runtergefallen. Oh mein Gott. Och Junge, hör doch auf mich zu Bo-Spam. Oh mein Gott, bin ich tief gefallen. Du singst öfters tief, das weiß ich nicht. Komm hier runter. Tobi, warte, ich mach dir hier Wasser hin. Lass ich reinspringen? Ja. Nein! Oh Gott, ich wurde in der Leid. Na, und das ist mir gerade auch passiert. What the fuck? Alter. Jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal so, womit ich die Folge, äh, womit ich die Folge, äh, wie heißt es, spannender machen kann. Äh, ja. Scheiße. Nee, alter. Nee. Ach, ich brauche ja gar kein Eisen mehr. Warum baue ich Eisen ab? Ach ja. Der liebe Adrian kam ja auch auf die Idee, dass wir Strip minen sollen, ne? Ja. Bin ich nicht. Wieso? Keine Ahnung. Ich geh jetzt hier weiter runter, ne? Weißt du, wie viel wir schon haben? Oh, ich glaube, hier ist Lava. Oh, fuck. Ist hier Lava? Wo bist du? Hier ist es... Oh mein... Hier war jemand. Hier war jemand. Ich habe einen Weg gefunden, wo jemand war. Bei dem Wasser runter? Bei dem Wasser runter, wo ich bin. Schnell, 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 schnell. Ja, ja, ich komme. Komm, 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 komm. Weg der. Jo, 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 ich seh's, ich seh's. Ich seh's. Wir haben nur noch eine Minute, zehn Sekunden. Vielleicht finden wir hier noch was Spannendes. Ja. Oh ja. Pass auf, jetzt hast du, um das spannender zu machen, hier irgendwie was hingesetzt. Nein. Das ist eine Truhe, das ist eine Truhe. Wo? Nein, eine Team-Truhe. Nein, oder? Hashtag Team Positiv. Wo? Also ich habe da jetzt mal so reingeguckt. Hier ist Hashtag Team Positiv, ne? Echt jetzt? Ja. Scheiße. Wollen wir das ja aufmachen? Dürfen wir das auch. Das einfach aufmachen. Lass es mitnehmen. Ja, ja. Hast du einen? Oh mein Gott, wie viel davon ist. Alter. Zehn Sekunden, zehn Sekunden. Scheiße, schnell weg hier, weg hier, weg hier. Weg hier, weg hier. Komm, komm, komm. Weg, weg hier, 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 hier. Oh, fuck, 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 fuck. Schnell, 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 schnell. Ja, ja, ja. Komm, weiter, 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 weiter. So weit es geht. Alter, scheiße. Das ist ein Team Positiv. Wir warten Team Positiv ab, okay? Ja, ja, nächste Folge war... Na, wir müssen erst mal gucken, was die haben. Ich glaube, die sind krass equipped. Okay, dann würde ich sagen, Leute, wenn euch das Video gefallen hat... Auf jeden Fall. Das Ende ist jetzt so spannend geworden. Aber echt? Das wird 100% was. Leute, schaltet beim nächsten Mal ein, lasst ein Like da, abonniert uns beide, guckt in den Beschreibungen vorbei, bei allen anderen Leuten, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Oh mein Gott. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschöööö. Ich gucke jetzt sofort in meiner Videobeschreibung nach Team Positiv. Jetzt sofort. Fuck, ey, wir müssen die unbedingt kriegen, Alter.